A7-Sperrung am Wochenende. Von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark voll gesperrt. Das gab die Autobahn GmbH bekannt. Hintergrund sind Maßnahmen für die achtstreifige Erweiterung und die Herstellung des Lärmschutztunnels. Laut Polizei Hamburg wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.